. Jetzt ist der Tag gekommen, wo ich wieder mal am Testspiel mitmachen durfte. Mal schauen, wie es geht. Ich nutze das als Standortbestimmung gegen Zürich auf der Lenzer Haid. Das war die Motivation die letzten 14 Monate. Diesen Tag hatte man immer ein bisschen im Hinterkopf. Wir wussten nicht genau, was das Datum ist. Aber das Spiel hatte man immer etwas vor sich. Dafür nahm man die ganzen Strapazen auf sich. Ich freue mich, heute dabei zu sein und nicht mehr alles, was kommt. Der 17. Februar 2022 ist ein wichtiger Tag für die Nummer 71 des HC Davos. Der Tag, an dem Claude-Courdin-Paschou ein nächstes Etappenziel auf seinem Weg zurück aufs Eis erreichen wird. Seit über drei Jahren leidet der HZD-Verteidiger an den Folgen einer Gehirnerschütterung. Der folgeschwere Unfall geschah Mitte November 2018 im Heimspiel gegen Lausanne. Ich weiss eigentlich noch haargenau. Es war noch Arno. Er war noch Trainer damals. Es war kurz vor Schluss. Christoph Pertschi fuhr um das Goal herum. Er wollte dann noch einen Abschluss machen. Kurz vor Schluss wollte ich unbedingt noch den Schuss blocken. Ich bin auf die Knie runter und der Schuss ist mir genau das Ohr. Im ersten Moment habe ich nicht viel dabei gedacht. Ich hatte einfach ein bisschen Ohrenschmerzen. Mein Ohrenläppel sah aus wie fünf Leiber. Das ist eigentlich fast das, was man sich am meisten darum gekümmert hat. Und dann am nächsten Morgen, als ich verwachen bin, habe ich gemerkt, dass irgendetwas nicht gut ist. Es war eine sehr ungewohnte Situation für mich, weil ich noch nie in meiner Profikarriere verletzt war. Das hat es umso schwieriger gemacht, damit umzugehen und auch die richtigen Sachen zu machen, Das war nach einer Zeit, in der mir sehr schwer gefallen ist. Nach einer Woche habe ich gemerkt, dass es nicht viel besser wird. Dann bin ich auf Zürich ins Concussion Center Abklärungen zu machen. Dort sah man ziemlich geschwind, dass ich mit einigen Sachen zu kämpfen habe. Dass mein vestibulärer System sehr beeinschränkt ist. Dass mein Gleichgewicht beeinschränkt ist. Dass ich extreme Kopfschmerzen habe. Als man gemerkt hat, dass es ein bisschen mehr als nur ein Ohrläppel ist, das nicht mehr ganz in Ordnung ist. Und dann hat man dann auch ziemlich geschwind versucht, einen Rehaplan aufzubauen. Für Paschu beginnt eine Zeit, die von Ungewissheit geprägt ist. In der Saison 2019 macht der Verteidiger 22 Spiele, bevor im Dezember die Saison für ihn vorbei ist. Auch ein zweiter Comeback-Versuch scheitert im Jahr darauf nach zwölf Spielen. Seit Dezember 2020 hat Claude-Gurdin Paschu kein Spiel mehr bestritten. Ich glaube, das war vor allem der Punkt der letzten Jahre. Als ich gemerkt habe, dass es nicht mehr um den Hockenspieler geht. Jetzt geht es wirklich um den Menschen. Jetzt muss ich schauen, dass es mir gut geht. Hockey hat nicht mehr Priorität Nummer eins. Ich muss schauen, dass ich wieder gesund bin. Dass ich beschwerdenfrei bin. Und dass ich auch wieder glücklich bin. Wenn du jeden Tag den Kopf hast und dich nicht gross betätigen kannst, dann bist du auch nicht mehr glücklich im Leben. Und da habe ich gemerkt, dass jetzt etwas gehen muss. Es muss sich etwas verändern. Das war vor allem ein Prozess, wo ich gemerkt habe, dass ich mich als Mensch konzentrieren muss. Und das Hockey hat eine zweite Priorität. Im vergangenen Herbst unternahm Paschu in seinem vorerst letzten Vertragsjahr beim HCD einen neuen Anlauf, die Beschwerden zu bekämpfen. Auf eigene Initiative hin und nach einem Tipp von Sportcoach Michi Bond verbrachte der 27-Jährige fünf Wochen auf dem Rehab Campus in Phoenix in den USA. Das Zentrum ist primär auf die National Football League spezialisiert. Innerhalb einer Vierergruppe arbeitete Paschu pro Woche fünf Tage lang mit dem kanadischen Condi-Coach John Barlow. Ich liebe das. Ich bin alleine auf diesem Campus gekommen oder habe niemanden gekannt und bin sofort sehr gut aufgenommen worden. Es war hochprofessionell mit Ernährungsberatern, mit Sportwissenschaftlern, Physios, alles in einem Zentrum. Ich habe das Glück gehabt, dass ich einen super Coach erwischt habe. John Barlow, der Erfahrungen mit absoluten Superstars, die Superstars trainiert hat, wo ich das Glück hatte, mit ihm zu trainieren. Er hat Erfahrungen mit Hirnerschütterungen, die sehr gut auf mich eingehen konnten, wo wir sehr individuell trainieren konnten. Ich glaube, das war für mich der Schlüssel, dass ich heute wieder hier bin. Ich glaube, das war wirklich der Schlüssel zum nächsten Schritt. Ich bin unheimlich froh, dass ich das gemacht habe und ihn kennengelernt habe. Seit einigen Wochen kann Claude Baschu wieder mit dem HCD mittrainieren. Die Beschwerden der Gehirnerschütterung hat er mehrheitlich unter Kontrolle. Nun kann er die Olympiapause nutzen und sich bei einem Testspiel gleich selbst testen. Ich nehme mir vor, das zu geniessen, vor allem hauptsächlich. Für das habe ich die letzten 14 Monate gearbeitet, um heute auf diesem Eis zu stehen. Ich will das wirklich geniessen, jeden Moment. Ich habe keine grosse Erwartungen an den Match. Ich glaube, im Training habe ich gesehen, dass ich gut genug bin, dass ich fit bin, dass ich bereit bin für diesen Match. Ich freue mich einfach extrem, das Halsreli anzulegen und auf dem Eis zu sein. Ich glaube, das Feuer für das Hockey ist nie verloren gegangen in all dieser Zeit. Ich glaube, sonst würde ich nach 14 Monaten dastehen und sagen, ich spiele jetzt wieder ein Spiel oder sonst wäre ich irgendwo verloren gegangen. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich eigentlich sehr, sehr lange gearbeitet habe. Und das war schon speziell, als ich in der Garderobe Zeit für mich hatte und das reflektieren konnte. Du hast ein bisschen schnell gewechselt, das ist sicher mal gut, wenn du mit Möglichkeit hast. Ja, ich bin nicht vom Eis gekommen, es war noch ein bisschen. Wenn ich so weiter fahre, das ist... Ich glaube, von deinem Einsatz her ist ja gut. Ich bin geschwind im Rhythmus gewesen und hatte dann das Gefühl, dass das Spiel an mir vorbeigeht oder so. Ich konnte ein paar gute Einsätze machen und rein von dem ist es eigentlich sehr gut gegangen. Aber das war eine Priorität. Ich habe mich auch nicht davon abhängig gemacht. Es war wirklich wichtig, dass ich einfach wieder auf dem Eis sein darf und beschwerdefrei sein darf. Und das war eigentlich die Hauptsache. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Hey! Hey! Fuck! I wait one and then I'm coming. Mit dem Valtteri konnten wir das sehr gut absprechen. Wir haben uns immer ein gegenseitiges Zeichen gemacht, weil ich vielleicht noch ein bisschen Pause gebraucht habe, bis der Next Shift kam. Von dem habe ich das sehr gut einschätzen. Ich glaube, es war auch ein Prozess. Ich kenne meinen Körper, ich kenne meinen Kopf. Ich weiss, was es geliehen mag und was nicht. Das wäre vor einem Jahr sicher noch anders gewesen. Darum kann ich stolz sein, dass wir das heute gut hergebracht haben. Der weitere Fahrplan ist noch ungewiss. Ich glaube, der Fahrplan war bis zu diesem heutigen Tag heute. Und jetzt gilt es, das zu analysieren. Wenn ich mich gefühlt habe, morgen haben wir frei, dann ist es sicher gut, mich gut zu erholen, gut zu schlafen und dann zu schauen, wenn ich morgen verwache. Wie es mir geht, ob ich Symptome habe, ob ich keine Symptome habe. Das sind alles so Sachen, die sich die nächsten Tage zeigen werden. Aber grundsätzlich bin ich optimistisch und bin zufrieden, was es heute gegangen ist. Ich bin einfach stolz, dass ich das geschafft habe und heute vermissen durfte. Berlin